Das war alles. Okay. So, ich habe nur ein paar Sprüche, aber ich glaube, die sagen viel aus. Globalisierung ist nur ein anderes Wort für US-Herrschaft. Kapitalismus ist keine Wirtschafts- oder Gesellschaftsstruktur. Kapitalismus ist die Übernahme der Regierung durch die Hochfinanz. Der größte Feind der Wahrheit ist nicht die Lüge, sondern die Feigheit, die Wahrheit auszusprechen. Unser Leben endet an dem Tag, an dem wir über Dinge schweigen, die wichtig sind. Das ist immerhin von Martin Luther King. Und dann da hinten an die dummen Antifa-Leute. Dumme Menschen kann man nicht begeistern, aber fanatisieren kann man sie. Das ist von Marie von Ebner-Echenbach. Ich danke euch.